Die EU hat dem neuen Interimspräsidenten Venezuelas Juan Guaido durch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ihre Unterstützung zugesichert. Mogherini rief zudem zu freien und glaubwürdigen Wahlen in Venezuela auf. Zuvor hatten die USA und Kanada Guaido als neuen Präsidenten anerkannt, die meisten lateinamerikanischen Länder waren diesem Beispiel innerhalb weniger Stunden gefolgt. Im eskalierenden Machtkampf in Venezuela hatte sich Parlamentspräsident Guaido am Mittwoch selbst zum Interimstaatschef erklärt. Ich schwöre als Interimspräsident von Venezuela, alle Zuständigkeiten der nationalen Exekutive zu übernehmen. Bei Protesten in Venezuela forderten die Demonstranten anschließend Polizisten vermehrt dazu auf, den amtierenden Staatschef Nicolás Maduro nicht weiter zu unterstützen und sich ihnen anzuschließen. Maduro war erst vor kurzem zu seiner zweiten Amtszeit als Präsident vereidigt worden. Ihm werden unter anderem Wahlbetrug und Machtmissbrauch vorgeworfen. Innerhalb Venezuelas gibt es massive Widerstände und auch international steht Maduro in der Kritik. Ich habe beschlossen, die diplomatischen und politischen Beziehungen zur imperialistischen Regierung der Vereinigten Staaten zu beenden. Raus aus Venezuela, genug Interventionismus. Hier gibt es Würde, hier gibt es Menschen, die dieses Land verteidigen. Maduro hat dennoch zahlreiche Unterstützer im Land, auch sie, demonstrierten. Auch Bolivien und Kuba halten weiterhin zu ihm. Dennoch gerät Maduro immer mehr unter Druck, zurückzutreten, aber bisher steht das Militär noch hinter ihm. Guaido hat die Soldaten dazu aufgerufen, der Regierung nicht länger zu gehorchen. Denn die Loyalität des Militärs könnte eine wichtige Rolle für die Zukunft Venezuelas spielen.